Es gibt noch Treue und Mut auf der Welt. Ritter von Greimen, Frau der Maritsch, ich freue mich, dass Sie beide gesund eingetroffen sind, zumindest einigermaßen. Bitte. Wir waren unter schwerem Beschuss, konnten dann aber doch noch in Gartu landen. Von da an war auf den Straßen kein weiteres Durchkommen mehr möglich. Also, haben wir uns in Fiesler Storch besorgt und sind direkt über die russischen Linien geflogen und auf der Ost-West-Achse gelandet, paar hundert Meter von hier. Kurz vor der Landung hat uns dann die russische Artillerie doch noch erwischt. Mein Führer, ich werde Sie nicht enttäuschen. Und sind direkt über die russischen Linien geflogen und auf der Ost-West-Achse gelandet, paar hundert Meter von hier. Kurz vor der Landung hat uns dann die russische Artillerie doch noch erwischt. Und sind direkt über die russischen Linien geflogen und auf der Ost-West-Achse gelandet, paar hundert Meter von hier. Kurz vor der Landung hat uns dann die russische Artillerie doch noch erwischt. Kommen Sie. Kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Und vor dem Altar des Vaterlands.